Papa Brocken, hier unten. Aber die Aussicht ist ja Wahnsinn, das ist ja wirklich Wahnsinn. Guckt doch mal an. So und jetzt kommt der Achtermann, der ist da. Er spielt sich jetzt so. Hans Kühnenburg, das muss dann da sein. Aber die Aussicht ist ja wirklich geil, also guckt doch mal an da. Hier Rapensberg, Stöberheim. Da hinten sieht man es ganz fern. Man sieht es. Ja, das ist ja wirklich geil. Ja, guckt doch mal an hier. Typ Küffhäuser. Ja, Rübeland. Tanne muss denn da sein. Ja, Tanne muss da sein. Ja, das ist Wahnsinn. Also die vier Euro, die haben sich wirklich... Ja. 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 Ja.